7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geht los! Heute spielen wir den Spielmodus Lonely Sniper. Wir nennen ihn einfach Hasenjagd. Die Regeln sind, es gibt zwei Teams. Das Angreifer-Team, was aus beliebig vielen Leuten besteht, und das Verteidiger-Team, was nur ein einziger Scharfschütze ist. Das Angreifer-Team hat jeweils pro Person nur ein Leben. Der Sniper hat zwei. Ziel ist es, das jeweils andere Team auszuschalten. Klingt vielleicht unfair, aber am Anfang der Runde hat der Sniper die Chance, sich zu verstecken. Das heißt, er muss sich seine Tarnung zum Nutzer machen, um das Spiel zu gewinnen. Schiff, 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 schiff! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen! Ich habe gewonnen, dass du die Safety aktivierst. Gut gemacht! Verdammt gut gemacht! Diesmal ist mein buddy Manuel der Sniper und ich bin sein erstes Ziel und ich bin sein, dass es ein bisschen leiser ist Ja, das ich finde, ich bin sehr gut. Fuckin' hell. 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 Servus laum, fertig und tschüss.